Hallo Leute, hier ist Doppel und die Babidi. Ich finde heute ein Unterschied zwischen Kohle und Bravo. Wir machen so einen kleinen Grund, dann später haben wir lange nicht mehr gemacht. Und auf geht's zum Spielraum. Zum Spielraum dauert es noch einmal. Ich glaube, entweder schneiden wir das oder weniger Susi, es passiert noch nicht. Ja, ok. Erzähl mal was über dich. Keine Ahnung, was ich so spiele derzeit. Prophecy. Cooler Stack. Ist lustig. Ist 6 cents. Ist 6 cents? Ja. Wett den Prophecy, du. Oh Scheiße. Ich spiele es nicht. Ich kann mir das nicht leisten. Nein, aber 6 cents ist eine Bundeskarte. Ich habe mal zugeschaut. Zwei, drei Mal will ich gespielt. Dann hat jemand so 6er gewürfelt oder 5er. Und einfach Autoring. Ja, kann man nichts machen. Es gibt nie Informate in der OP-Karte. Und da sind wir schon ein paar Leute. Filmen wir hin? Na ja, da sind... Dr. Tunja. Dr. Tunja. Dr. Tunja. Tunja! Tunja, wir haben Essen. Was? Abflumpirnen. Keine Ahnung. Wir machen wieder einen Rundgang. Hier ist Jacob. Ein paar Leute. Ihr wisst Bescheid. Oh, Tunja ist weg. Tunja ist weg. Tunja ist weg. Hier halten. Muss ich? Ja, halt mal cool. So, hier so. Möte durch. So, einfach durch. Oh mein Gott. Wir haben den schlechten Zeitpunkt gewählt. Die Runde ist so leicht. Ich glaube, wir sind noch die gleich. Ja, das ist leicht. Ja, das ist ein Drakens. So, Drakens. Drakens. Drakens, Drakens. Drakens, Drakens. Was ist los? 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 Das ist schon hier, keine Ahnung. Die Runde. Das ist ein Dänkelein. Nein. Wir sind das mit dem Spielern. Das ist Eurystern gegen Drakens. Ja. Und dann gibt es hier ein bisschen Traden. Dr. Tunja in Action. Dr. Tunja in Action. Und hier auch so. Ein bisschen. So. So. Dann geben wir mal nach hinten, dass es die Pokémon schrecklich geben. Weil die haben ja nicht davon erzählt. Wie ihr seht. Darf zu filmen, du aufs Gesicht. Darf zu filmen. Darf zu filmen. Darf zu filmen, du aufs Gesicht. Darf zu filmen. Darf zu filmen. Darf zu filmen. Bisher nicht. Darf zu filmen. Also wie ihr seht. Es gibt ja eine Game Boy. Darf zu filmen. Und hier ist Magic von ihm. Und dann gesehen. Wir alle warten bei euch. Was? Wir alle warten bei euch. Der weiß, was ich jetzt filmen werde. Hallo. Hi. Und sieht nichts. Hallo. Okay. Ja. Okay. Jetzt geht's gut. Sehr schön. Okay. Das haben wir drin. Kein Rotkön. Und vielleicht machen wir noch ein paar andere Videos in der Box an.